ja grüß sie zurück aus der schweiz herzlich willkommen zurück aus let's play f1 2016 meiner karriere ja der große weiß von monaco steht heute an ich bin immer noch in der schweiz fliege jetzt auch morgen jetzt zurück das heißt deswegen klar morgen übrigens deswegen auch klar kein online rennen die große weiß von singapur fällt voraussichtlich aus ich weiß noch nicht was aussieht aber doch keine also wahrscheinlich habe schon die info dann aber plant man mit der folge die fluss wieder anlagen und ein morgen und ich das die zack gut wir gehen rein jetzt nächste hat man sie tief durch und genießen sie den augenblick steht uns wieder ein besonderer moment der saison bei diesem rennen hier am heutigen nachmittag bevor der große preis von monaco ist der beste fahrertest das renommierteste rennen und das größte ereignis insgesamt erstaunliche circuit die monaco hat sich im grunde seit dem eröffnungsrennen 1929 nicht wirklich verändert die schnelleren rennautos der heutigen zeit versprechen natürlich viel mehr spannung in den 19 kurven vorbei am casino und an der küste die stadtrundfahrt ist 3,4 kilometer lang aber manchmal sind es nur zentimeter bis zu den begrenzungen der leitplan heute werden stefan römer und ich die action kommentieren stefan sagt uns doch gleich mal worauf wir uns heute einstellen heute stellt sich für mich die frage ob es überholmöglichkeiten geben wird besonders bei den schnellen sektionen natürlich haben wir drs was bei den geraden helfen wird doch das hilft alles nichts wenn man zu langsam aus der vorigen kurve kommt oder zu weit hinten ist extrem kurze strecke bis zur sante und du weißt ja selbst wie es in monaco manchmal läuft versuch einfach deine position zu verteidigen ich glaube ich hier sogar außen das ist das problem und die startaufstellung an bevor es los geht beklaren startet also von der pol und louis hamilton macht die erste reihe komplett die restliche startaufstellung sieht wie folgt aus rossberg verstappen sebastian vettel und ricardo raikönen quert bottas und pascal werlein hülkenberg ferez fernando alonso und guttiere grosjean hallanto carlos sainz junior und kevin magnus palmer und ericsson philippe masser und philippe nasser startet aus der hintersten reihe die lichter gehen bald aus also schalten wir zur strecke soja rennen steht haben auf die rennstrategie wenn wir der wechsel überhaupt ohne sieben will er wechseln okay war das so aber 21 kunden stehen wir haben jetzt an der stehen in das ist gut der stadtplan sieht gut aus aber wir müssen uns das getriebe ansehen also schalte ihn jeden gang wenn möglich die bremsen müssen etwas zu tun bekommen also lass sie arbeiten und ferne bitte die reifen auch gleich auf das ist auf jeden fall ein spezielles rennen hier geht's doch hier bist du nicht so schnell aber hier ist vor der wii also wichtig vor allen dingen ist ja die gute startperson ich bin froh dass wir wieder die pole haben das kann ich mir beim letzten starten starten mit dem reno aber auch nicht immer mit sechster oder siebter aber ich würde gerne hier meinen ersten sieg mit fläber feiern jetzt noch nicht geschafft 2x9 war nichts bisher das was ich war bisher nicht das was ich hier so oft hatte so und jetzt über dem computer gerade auch haben sie zwar auch das hafschild ich muss den kleinen cut machen oder moment ich bin gerade meine aufnahme so ein bisschen okay gott okay wunderbar ich hoffe dass alles weiter funktioniert ich hoffe dass es funktioniert gut wir nehmen wir jetzt ich mache hier gerade einen kleinen cut und wenn er doch noch funktioniert ich mache hier einen kleinen cut jetzt bringt gerade nichts einfacher wir sehen uns gleich wieder ja zu mir leiden liebe leute ich muss einen kleinen cut hier machen aber habe ich jetzt funktioniert zumindest alles bis die aufnahme funktioniert oder vorher funktionieren weiß ich nicht wann angefangen zu spinnen ist mir jetzt gerade aufgefallen aber eigentlich müsste es hoffentlich so weit funktionieren ich muss jetzt quasi auch wieder alles hintereinander schneiden und dann passt das auch irgendwo wieder gut viel starten von dem pole ich hoffe mal dass es soweit funktioniert alles halbwegs alles halbwegs halbwegs haben wir heute das bei innen stehen ich werde das machen dass ich den direkt hemmel drüber ziehe weil ich bin davon aus dass der schneller start keiner zieht deswegen hoffe ich dass ich meine linie einfach beibehalte und jetzt geht es los der große breche vom narco 20 runden sind es nur Anführungszeichen nur aber gut wir sind vorne und ich halte gerade alles durchgekommen zu sein nicht die erste kurve wir sind zumindest schon mal weg vorne das heißt wir sind weg aber wir sind zumindest erster erster auch geblieben den hemmel den kolos nicht kriegen wir gucken der abstand war zu wenig ja beziehungsweise die strecke die er zurücklegen musste war zu wenig um mich überhaupt zu überholen so durch die erst die haarnadel hier durch so für den tunnel das erste mal und dahinter hat schon geknallt glaube ich sind es richtig sehr aber ich glaube es geht doch noch alles gut irgendwo ich glaube da würde irgendwo da doch ein bisschen flügeltalchen liegen vielleicht haben sie sich ein bisschen aufeinander gefangen und ja das war dieser Ziehharmonika-Effekt den wir da hatten äh der der angesprochen wurde und der erste vorne bremst die anderen müssten ja dann quasi auch überlangkamer werden damit sich von vorne immer noch drauf fahren und das ist wahrscheinlich gerade jetzt passiert aber das finde ich heute tragisch sein die beide Mercedes am Arsch kleben aber gut das wird etwas schwierig werden lassen und es ist immer ein Lewis Hamilton in dieses Geburt der Sekte 23 ist die erste durch die Zeit das Gute ist in Monaco kann ich mich trotzdem obwohl ich das schnellste Auto im Feld habe kann ich mich zumindest davor halten das ist extrem schwierig zu verholen hier die Leute die regelmäßig die Formel 1 verfolgen wissen das sehe ich Erste Boxe stoppen wir uns in fünf Runden, da ist gedacht, oh, ich glaube da hat irgendwas noch erledigt. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben, und dass du den aktuellen Plan durchziehen, alles um den neuen Versuch. Ich glaube, das war mein eigener Flügel, der sich da gerade verabschiedet hat. Ja, das kann wieder schnell passieren, dass meine Mutter sich da kurz mal den Flügel anfährt. Boah, Alter, ich hab's nicht, wenn wir alle so am Arsch kremen, sonst tut der Hammett nämlich gerade richtig. So, probiere ich wieder ein bisschen wegzutieren. Ja, wir sind gerade, Haryanto 1.23.6, ich halte gerade Masse 1.23.0, ich halte, glaube ich, jetzt ein bisschen weniger den Verkehr auch gerade. Ich denke, es ist klar, dass ich da nicht schnell zurückgefahren bin. Bleibt flügel, ich freue mich vor dem Mercedes zu halten. Ja, lieber ein Flügelchen. Ja, das geht schnell. Das geht verdammt schnell. Ich glaube, ich glaube, ich habe eine gute Idee, dass das halt die Absätze stattfindet. Ja, das halt wäre auch ziemlich gefährlich, glaube ich zumindest. Ich halte sie noch sehr gut aus. Ich halte sie noch sehr gut aus. Ja, das ist alles andere. Ich komme hier natürlich, keiner würde mich in die Speed setzen, was ich eigentlich gerne hätte. Weil hier ist da absolut noch Sicherheit. Nein, ich versuche, mich hier auf sich einzufahren gerade. Und ich glaube, dass ich das halt nur holen dürfte. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Halt zum Roll. Wenn du die Strategie ändern oder mit KNA weitermachen. Wenn Renningenieur im Rohr quatschen wir gerade sowas von alternative Strategie. Ich glaube, ich darf selber entscheiden, wenn ich verarren. Das denkt, habe ich mehr oder weniger abgedacht, das scheiße Quatsch. Alter. Ich bin total nervös, wenn ich einen hinter mir habe. Ich habe gerade fast das ganze Feld hinter mir. Ich habe das Feld hinter mir, aber... Jetzt komme ich hier wieder ein bisschen weg. Und ich komme immer wieder so ein bisschen raus. An der richtigen Stelle kann ich hier ein bisschen wegziehen. Super soft. Ich mache das mir gerade auch überhaupt nichts aus. Ich muss gerade mal umstellen, gerade kurz. Dass ich zumindest die Möglichkeit habe, meine Flüge bald zu behalten. Ich werde die Flüge behalten. Weil irgendwie macht es mir gerade auch nicht viel aus. Gut. Das ist auch erledigt. So verliere ich nicht die Zeit. Aber wie viel ich hinter mir habe. Bis hinten ist immer... Bis... Ich glaube, es könnte Kia sein. Priat. Äh... Aber bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, da hinten noch. Auf jeden Fall. Irgendwel das ist Ricciano oder Priat. Irgendwel das ist Ricciano oder Priat. Da sind einige. Beide Mercedes, beide Ferrari, könnte das sein. Sammeln. Puhh... Der Hamilton, alter. Der Hamilton, der macht Druck ohne Ende. Aber der kommt nicht wirklich in die Schlagdistanz. Der kann mich nicht überholen. Das ist so schwierig hier einfach. Und ich komme immer wieder an der gleichen Stelle weg. Immer wieder kann er sein Df sich setzen. Sollen sie nicht ausnutzen. A, weil die Strecke zu kurz ist. Und B, weil ich einfach immer wieder wegkomme. Das ist gut. Ich muss aufpassen, dass ich mir die ganze Flüge wegziehe. Wir haben uns gleich ein Drittel Rundesrennen. Das wird wahrscheinlich das Drittel schon sein. Wir sind nämlich jetzt in Runde gleich in Runde 7. Das heißt, es geht dann so langsam um das Boxes-Zock-Fenster. Weil da unsere Reifungen aussehen. Ach, easy eigentlich noch. Der wird versucht anzugreifen, aber der kommt überhaupt nicht in die Schlagdistanz. Überhaupt nicht in die Schlagdistanz rein. Bleibt dabei. Keine Chance. Ja, wer hat mich da gewinnt? Ich habe eine 1, 2 und zwar... Guck mal, dass da die Wale ist. Guck mal, dass da die Fährebilder ist. Oh, das ist ärgerlich. Das war eigentlich nicht geplant. Ich hatte vergessen, dass ich dann irgendwie noch den einen Mercedes rauszunehmen. Ja, das war ja. Konzentration pur. Ich habe hier ein paar Meter Platz, halt. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht der schnellste Auto bin gerade heute. Oder das geht jetzt. Aber ich kann mich immer noch wacker halten davor. Oh, das ist so groß. Es sind 5 Autos, glaube ich, hinter mir, wenn es richtig ist. Also jetzt sind wir noch die beiden Mercedes eigentlich. Gut, das ist wichtig, dass ich da jetzt zumindest mal die schnellste Runde gefahren habe gerade. Oh, der Hamilton direkt dann wieder aus dem Südskreis raus. Gut, Rosberg ist wahrscheinlich nicht viel einfacher. Äh, ist wahrscheinlich nicht viel besser. Ich glaube, wenn ich jetzt noch einmal mit ihm reingehe, dann müsste ich eigentlich genau, das war eigentlich genau gleich. Das hat ja mal ein Rennchen gesagt, wo wir warten, überlassen wir auch ein paar Autos vorbei vorher. Also der Sieg ist die Fährebilder, die getroffenen Tüchern. Ist eben an die Ecke, an die Wand reingekommen, aber die fährt ja tragisch. Puh, gleich die Hälfte ist, wenn es gut geht. Zwei Runden. Ich sag ja, das Rennen ist hart. Das Rennen ist richtig hart. Ich glaube, dass der Hamilton springen dürfte vor dem Start, vor dem, boah. Nein, bitte keine Regeln. Das sagt der mir jetzt, wenn ich in die Box fahre. Oh Gott, da bin ich umher im Rosberg vorbei. Also ich habe im Rosberg vorbei. Ich hatte gedacht, dass er das Zeitziel vielleicht noch immer holt, sondern es muss noch ein bisschen Zeit verlieren. Habe ich doch Regen, das ist echt... Ja, gar nicht. Ich habe kein Regen-Setup, hofft. Ah, halt doch die Fresse, ich komme doch gerade aus der Box raus. So, wenn er mir jetzt noch mal erzählt, dann wäre doch immer eine Strategie halt. Ey, bringe ich den Typen gleich selber um? Ich bin jetzt ein bisschen auf dem Pist gerade. Ich bin jetzt ein bisschen auf dem Pist gerade. Ich glaube aber, war das die da vorne auch noch ein bisschen... Ich glaube aber trotzdem, dass sie noch ein bisschen gleich irgendwann. Sie sind super soft gestaltet. Ich glaube nicht, dass die alle schon drin waren. Ein Platz 4 wäre dann richtig tragisch. Also, Alonso war noch nicht drin. Der Abstand zum Hintergrund beträgt 0,5 Sekunden. Ja, der Hupen merkt man an anderen Anstrengungen. Da geht er erst raus. Zumindest habe ich mal bei der Führerin schnell zur Runde zurück. Bin dann 21,2. Und am ersten Auto bin ich mal vorbei. Am ersten Auto sind wir vorbei. Also, das ist das Wichtigste. Einer von denen. Stopp, einer von denen. Die waren am einen, waren auch noch nicht drin. Ich bin fast sicher. Da bin ich mir fast sicher, dass die noch nicht drin waren. Noch neun Runden sind. Und da vorne sind sie doch schon. Also, ganz kurz gesehen. Also, ich sehe nicht, ich sehe nicht mehr weit. Alonso, dürfte ich jetzt was... Ja. Alle. Ich fahre weiter da vorne, ne? Fahr weiter. Ich fahre zumindest noch zwei, drei Rundchen. Und ich bin knapp dran. Hülkenberg für Falonso. Und ich bin knapp dran. Hülkenberg für Fernando Alonso. Ich komme da so ein bisschen, immer stückeweise ran. Ich bin immer noch den Rostverkehr am Arsch kleben. Er ist halt unser Gatze. Und dann Hülkenberg auch. Damit führen wir auch wieder. Fernando ist gerade an die Box gefahren. Rosberg ging aber nach... Alter. Der hat dann 529 gefahren. Und ich fahre 50.0. Alter, da muss ich mir meine eigene Zeit zurück. Und der liegt nochmal richtig nach, Alter. Was für ein... Was für ein hartes Rennen, ey. Okay, dein Frontflügel ist ziemlich beschädigt und es wird die Leistung beeinflussen. Der beschädigte Frontflügel wird die Performance beeinflussen. Der ist jetzt so runter. Der geht so runter. Maul. Der ist doch noch dran. Na, jetzt ist klar. Hoi. Weil mir dauert irgendwas dazwischen, labert es mich sowas von nicht interessiert, ey. Überhaupt nicht interessiert. Der Hammond ist weg. Das ist wichtig, dass der hinter mir weg ist. Da war das, glaube ich, doch ein Stück von seinem Frontfliegel, was ich da gekostet habe. Das heißt, oh, das wird eng. Ja, ja. Das ist höchstens 3 Runden. 4 Runden vielleicht. 2 Runden. Ja, 18. Vielleicht reicht das ja um die Strecke, wo man draußen landen kann. Das ist nur leicht an sich zu regeln, wenn man noch nicht für die Interz reichen dürfte. Es könnte sein, dass wir hier durchfahren können mit dem, mit dem Supersoft. Ich versuche, die jetzt mal ein bisschen wegzubremsen. Mal ein bisschen. Der Hammond hängt dahinter. Und mir hängt noch der 4. Alter. Da bin ich nervös, ey. Da bin ich nervös, ey. Was passiert so schnell in Monaco? Was passiert so schnell? Man braucht noch ein bisschen an die Ecke anzustehen. Ich glaube, im nächsten Rennen bin ich eh einfacher. 5 Runden noch. Da muss ich mich irgendwie noch gegen die Wehren. Ich kriege mal die Schelle zurück. Ich kriege die nicht zurück. Die wird eher viel. Alter Verwalter, ey. Ja, ich sag ja, ich bin da ja verschluckt. Boah, Alter. Weg von mir. Rein weg. Weg von mir. Ups, sorry. Bisschen sehr stark. Die Bremse gegangen. Das war viel zu aggressiv. Bitte nur sauber überholen. Wir wollen keine Strafe riskieren. Ja, ja. Weg, ihr seid. Da sind einige wie Wooks. Haha. Idioten. Sauber. Ich glaube, ich habe insofern Ricciano und so Offer Hamilton noch mitgenommen. Und dann mit hinten, mit hinten, mit dem Kumpel, mit dem Kumpel und Kimi Rake und auf den letzten zwei und drei. Zumindest bin ich bei der Mercedes-Benz-Benz. Und dann können wir tatsächlich noch wieder die WM-Führung werden. Das war aber auch keine Absicht. Ich bin sehr stark auf die Bremse gegangen. Eigentlich wollte ich nur ein bisschen aufhalten. Ja, zwei Runden vielleicht noch weg. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Äh, ja. Warum da habe ich nicht weitermachen? Ach, klar. Das ist ein bisschen. Das wäre doch zu unbezahlen, auf jeden Fall. Nachher, oder? Das ist der Kugel ist beschädigt. Er wird die Performance beeinflussen. Was? Ja, weiß ich. Das ist aber nicht weiter tragisch. Ich vergleiche das mit der schnellsten Runde aus. Was macht du das schöne Runde? Ja, drei Runden wieder. Ich bin so froh, wenn das nächste Rennen zu Ende ist. Nächste Rennen ist nämlich in Kanada nächste Woche. Ein einfacheres Rennen. Wo ich aber erst mal ein Ziel kommen will. Da habe ich letztes Mal nämlich auch nichts geholt. Monaco könnte jetzt hoffentlich endlich mal meine erste Siedlung jetzt sein. Obwohl ich jetzt natürlich da mehrmals eine Rückmeldung jetzt habe. Da. Oh, Alter. Und dann hoffe ich, dass ich nächstes Mal ein bisschen bitter bin. Aber, äh, keine Ahnung, dass ich gar nicht mehr so verstopft bin. Es tut mir leid, dass es jetzt so auswirkt, aber es geht manchmal nicht anders. Ah, Regenstern wohl doch nicht zu kommen, das ist gut. Wir rechnen jetzt in jedem Moment mit leichten Brechen. Ja doch. Aber zwei Runde, das sollte nicht gefallen, die Strecke nass zu kriegen. Das sollte locker, locker reichen mit dem... Ja, du Biederdach. Hat er mir echt den Flügel jetzt gerade gekostet, aber ich fahre zu verrundet. Ich weiß, ich versuche jetzt die Rennen, das Rennen irgendwie noch zu Ende zu fahren mit dem kaputten Flügel. Vorne ist ja links ja noch ein bisschen was dran. Aber ich glaube, der Rennen, dadurch, dass Hültenberg jetzt gerade auch so ein bisschen auffällt, äh, dadurch, dass er seinen Flügel auch ein bisschen kompakt hat, hält er nämlich den Rest des Verkehrs auch auf. Und das tut mir jetzt auch für Hültenberg sehr leid. Aber da bin ich selber ein bisschen rausgefallen. Ich war in einem Erdenunfall. Ich würde sagen, da bin ich vorne geliehen. Die Sache, dadurch gibt es, dass ich sehr krank bin, äh... Ich merke, wie krank ich bin, wie ich sehr krank, aber krank bin, äh... Das ist schwierig gerade, sich auch wirklich zu konzentrieren. Aber ich versuche zumindest, euch vor euch die Folgen rauszurecken, ne? So, volle Zurunde. Oh, Renköl 3 und Alonso jetzt auf der 3. Und es könnte echt Punkte geben. Und ich finde, wenn der Renköl nicht ausfällt, dann haben wir noch ein bisschen für die Honda. Ich weiß, dass beim Flug so was von am Arsch ist. Das ist mir so was von klar. Ich glaube, von der links und gar nichts mehr. Äh, von der rechts gar nichts mehr dran. Es wird dann zu regnen. Aber egal, das reicht eigentlich. Jetzt fängt es ab zu regnen. Sehr leicht zumindest. Ich hatte es ein bisschen gesehen, ein paar Tropfchen. Teilen aber nicht tragisch. Aber gleich geht es jetzt in die letzte Runde gleich. Und da muss ich mich nur vor Chemie halten. Und dann bin ich vor, dann bin ich durch. Aber ich hoffe, dass der London natürlich den Rekt, der sich noch mangelt. Der letzte Meter, das wäre schön. Aber der wird zu weit weg sein. Vielleicht ist da so was ein Vettel noch. Und jetzt ein paar Meter. In diesem noch ereignisreichen Problem. Es war keine Ausfälle, aber doch, einige Unfälle. Ja, ja. Horstberg ist natürlich tragisch gewesen. Da war ich wirklich zu hart auf der Bremse einfach. Das war nicht mit Absicht gemacht. Das war wirklich komplett nur aus. So ab und weg, bis ich mal eben so, wie ich es eben auch schon gemacht habe. Höfenberg, ja gut, da habe ich einen Fehler eingebaut. Nachher ist es scheiße nur umwelt. Ja, und dann haben wir alles zu einem. Aber wir haben zumindest uns wacker gehalten. Und das, so viele Runden mit einem kaputten, diesem kaputten Flügel, wird absicht gemacht. Sonst wäre es jetzt mit Novemberzeit im Kostlerberg weg gewesen worden. Und ich wollte eigentlich mal endlich, 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 endlich den Monaco-Sieg haben. Das ist mir jetzt irgendwie zu Ende halt. Ich glaube, jetzt ist der Flügel nämlich, ist ja eh komplett runterhalten. Und wenn ich nämlich gucke, dass ich jetzt wieder einfach noch vor dem Rekt bleiben bleibe. Und dann haben wir es. Und dann haben wir unseren ersten Monaco-Rompris-Sieg. Und es war wirklich hart, muss man so sagen. Es war nicht einfach, aber gut. Muss man erstmal so, muss ich erstmal schaffen. Ganz so lange, ey. Und so die Siege ist hier real. Also wieder ein fantastischer Sieg für McLaren. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Prokurrenz war. Ich würde sagen, es war schlicht und einfach das Tempo. Wir können den ganzen Tag über Strategien sprechen, beholen, auf die Reifen aufpassen. Aber wenn man gewinnen will, muss man halt vor allem schnell sein. Und genau das waren sie heute. Jetzt ist es soweit. Die Fahrer betreten das Podium. Tolles Rennen vom Ergladen. Wenn der erste Monaco-Trophäe. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Hamilton auf 16, Rosskack auf 13, Hülkenberg auf 14. Also ist schade. Für Hülkenberg fühlt es mir halt leid. Das war halt so, dass du arbeitest, wenn du sagst, haben wir wieder aufgesinnt. Egal wo oder für welches Team er fährt, wann ist er nicht großartig? Er sorgt immer für außergewöhnliche Leistungen. Das hat er heute gezeigt. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. McLaren hat jetzt die Führung in der Rangliste übernommen. Ja, Monaco ist auch immer halt speziell. Und Manor hat sich jetzt mit sieben Punkten vorgeschoben. Und dann sind die einzigen Team-Fahrer oder Punkte noch das Zauber-Team. Aber wir haben es geschafft, wir sind vorbei, haben jetzt jetzt 28 Punkte vor. Manchmal brauchst du halt so einen Grand Prix. Und der Fahrer-WM natürlich, klar, 84 Punkte vor. Lewis Hamilton, 67 vor, Rossberg. Dann schließlich keine Punkte geholt haben. Aber haben wir tatsächlich noch mal einen Riesen-Schritt nach vorne gemacht. Wir sind jetzt auf jeden Fall drei, plus drei Rennen. Also das heißt, wir werden jetzt ein Rennen 18 schon weltweißer. Und das war jetzt gerade mal ein Rennen 6. Also es sind noch zwölf Rennen, auf jeden Fall sowieso aktuell aussieht. Und dann könnten wir, zumindest sind wir im Titel verteidigen. Aber gut, das ist erst mal dann zu seiner Zeit. Ja, der schnellste Runde hat er natürlich geholt, klar. Dann war er doch einen Ticken schneller als ich in der einen Runde. Aber wir sind immer noch vorne. Gut. Mal gerade, ob wir noch irgendwas entwickeln können, schnell. Ne, leider nicht. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder aus der nächsten Folge. Bei der nächsten Grand Prix. Und zwar am Freitag geht es wieder los. 14 Uhr, Kanada. Bis dahin. Auf Wiedersehen.